Moin Moin und Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Witcher 3. Wir werden uns heute um die frisch gefundene Nebenquest der Preis der Ehre kümmern. Wegen der Hochzeitsvorbereitungen kann unser Questgeber ja leider nicht selber auf die Suche gehen. Wir übernehmen den Job und hoffen, dass wir ihm helfen können. Oh, ich habe euch letztes Mal ja ein bisschen herausgenommen, aber hatte ich angekündigt, dass wenn etwas passiert. Es kam natürlich etwas weiter. Tatsächlich bin ich auch ohne Kleidung aus der Nummer rausgekommen, im wahrsten Sinne aus der Nummer. Die Lady hier hat auch nicht so viel Kleidung an. Ich hoffe mal, das passt schon. Nicht, dass das noch ergibt. Sie liegt da jetzt einfach so rum und keine Ahnung, wartet auf mehr. Ich ziehe mich mal wieder an. Erstmal die Sachen. So. Perfekt. So, 625 cm, die Küste von Farol. Was lassen die sich als nächstes einfallen? Ich würde mich jetzt nicht mehr interessieren, was ich noch mal mit dir rede. Oh. Moment mal, ich nehme mich mal kurz raus und euch auch. Das ist jetzt die reine... Beziehungsweise ich habe mich gar nicht... Ich war gar nicht drin. Ja, hi. Beziehungsweise ich nehme mich kurz raus und prüfe das einmal. Also nein, es gab keinen weiteren Gesprächszweig mit ihr. Das war ein... Hm, hallo. Du kommst schon sehr weit her. Hm, hallo. Also nichts Spannendes mehr. Also alles gut. Nichts verpasst. Ich schaue mal, ob ich mir die 600 Meter Weg sparen kann und da einfach hinreisen kann. Ja, nicht ganz, aber ein bisschen. Ein paar Meter können wir uns sparen. Aber ich glaube, ich würde gerne vielleicht bis zum Morgenraum jetzt hier auf ein paar abwarten. Ich hoffe, dass der Regen mal aufhört. Naja, gut. Unser Gebet für den Regen war ein sehr starkes Gebet. Ah, hier. Hallöchen. Da liegt was Totes. Das ist nicht so gut. Ich vermute mal, das ist er. Blau und aufgedunsen. Das hat den Sirenen aber nicht so ausgemacht. Sie müssen an ihr rumgeknabbert haben, kurz nachdem sie ertrunken war. Keiras Lampe dürfte hier sehr nützlich sein. Oh. Keiras Lampe. Habe ich die noch. Jo. Gütige Freya, vergib deinen Söhnen. Wir sollten die Verlobte unseres Bruders zu ihrer Hochzeit begleiten. Aber ein Sturm hat uns vernichtet. Alles ist verloren. Akda ist tot. Ihre Mitgift versunken. Ein Schandfleck auf der Ehre des Clans. Vergib uns, gütige Freya. Hör auf, Mikkel. Freya kann uns nicht von der Schande reinwaschen. Nur Blut. Lass uns tun, was getan werden muss. Hier, unter dem Baum. Wir beten uns, wir enden es. Ja, du hast recht. Auf diese Art ist es besser. Oh, ich habe ihn gemacht. Fußspuren. Wohin die wohl führen? Unter einen Baum, wo zwei weitere Leichen liegen wir in Wetten. Also ich habe mal ein weiteres Fernsexemplar gesucht. Die Lampen mal weg. Die Ehre der Skelliger. Lieber sterben, als mit dem Wissen leben, den Bruder enttäuscht zu haben. Freyas Symbol. Mit Blut geschmiert. Die Brüder haben sich der Göttin anvertraut, bevor sie starben. Das ist doch nur eine Leiche. Hä? Da fehlt doch noch eine. Wohl, ich habe auch noch Quäzchen. Achso. Hier. Timon vom Clan Dimun. Ich bin hingerissen, dass meine Akte einen so mannhaften Krieger wie dich ehelichen wird. Stolz erfüllt mein Herz mit dem Gedanken, dass eure Hochzeit unsere Familien verbinden wird. Och, das ist echt traurig. Ich hoffe, du siehst mir meine Abwesenheit nach. Ich zähle so viele Jahre und noch mehr Verletzungen. Da kann ich nicht mehr reisen. Ich danke dir, dass du deine Brüder geschickt hast, um Akta zu exportieren. Meine eigenen Jungs trinken schon Mehl mit unseren Vorfahren. Wenn also Ulf und Mikkel nicht gewesen wären, hätte Akta auf der Reise zu ihrer Hochzeit keine würdigen Begleiter gehabt. Damit ihr beiden euren gemeinsamen Weg standesgemäß beschreiten könnt, werde ich Aktas Mitgift in meinem Namen und im Namen unseres Clans deinen Brüdern anvertrauen. Außerdem übersende ich euch meine aufrichtigsten Glückwünsche. Respektiert einander und lebt in Harmonie. Möge es euch stets wohlergehen. Das ist sehr traurig. Wir sollen ihnen jetzt sagen, was passiert ist. Aber wir könnten doch bestimmt mal nach der Mitgift trauchen gehen, oder? Das war ja... Müsst ihr direkt vor der Küste hier sein, wo das Schiff auch liegt, oder? Welche hier durch war das? Die sind ja relativ weit weg. Äh... Waren es dich hier irgendwo? Hier, gucken wir mal, ne? Da hinten. Fangen wir doch mal. Eine Mitgift zum Mitnehmen, bitte? Ach, da ist sie. Wenn er gleich aufgeschlossen steht, haben wir es richtig gemacht. Ah! Goldene Diamantkette. Okay. Eine weitere tragische Geschichte, die sich hier zugespielt hat. Ah! Mal ganz gut gucken. Schnellreisestation haben wir hier, ne? Dort. Und kürzen wir nämlich wieder ab. Und danach kümmern wir uns mal um die letzte Schatzsuche hier aufs Gellige. Also die letzte Schatzsuchen-Quest mit Hexe-Ausrüstung, die wir haben. Vielleicht finden wir früher oder später ja noch eine weitere, aber das, was wir jetzt haben, machen wir die letzte heute noch fertig. Und Gwinsch spielen müssen wir noch gegen Moisek. Moisek. So. Also wir haben noch ganz viele super wichtige Termine, bevor wir nach Kämmerhorn aufbrechen. Timon, es tut mir leid. Ich habe schlechte Nachrichten. Akda ist leider tot. Deine Brüder auch. W-was? Wie? Was sagst du da? Ein Sturm hat ihr Boot zerstört. Akda kam ums Leben. Deine Brüder hatten das Gefühl, dich enttäuscht zu haben und konnten mit der Schande nicht leben. Sie wählten den Tod. Ich habe diesen Brief gefunden. Vielleicht hilft er dir, damit fertig zu werden. Ein Brief? Das ist alles, was von ihnen bleibt? Ich habe auch noch die Mitgift deiner Verlobten gefunden. Ist nur ein kleiner Trost. Danke. Nur wenige Männer wären so ehrlich. Leb wohl. Ja, auf diese Diamantkette kommt es mir jetzt nicht an. Drei Erfahrungspunkte? Die Kette wieder. Oder hast du Bock auf Gewind? Das lenkt ab vom Trauerfall. Hm, nö. Dann nicht. Dann Quests. Schatz suchen. Die letzte aufs Gällige. Welche Weltkarte? Wir nehmen doch direkt die Schnellreisestation, dann passt das. Dö, 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 dö. Du hast keinen Rest. Oh, eine ist auf der Hauptinsel. Eigentlich sogar wieder was, wo wir schon waren. Oh, gut. Haben wir wohl übersehen. Spürt nicht. Gebt euch einfach mit die Schuld, ne? Also, wir haben das übersehen, nicht ich. Das ist ganz wichtig. Boah, hier ist aber auch echt einiges los mit Monstern, ne? Übel. Hier oben ist auch noch ein Draconoid. Gabelschwanz. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ist schon wieder ein paar Folgen her, aber da habe ich irgendwas mit Nadelschwanz gesagt gehabt. Jetzt kam es gerade. Gabelschwanz. Kokos gewinnt. Ach. Der ist das wieder. Der dann auf einmal in zwei Händler zersplittet und nichts hat. Das Vergnügen hatten wir ja schon. Naja. Oh, was ist das? Nichts. So, was heißt, wir müssen den Gabelschons gleich nochmal besiegen hier? Hm, ich sollte mich ein wenig umsehen. Ah, vielleicht da Gabelschwanz doch kein Interesse an uns. Das kann auch sein. Okay. Zumindest eine gute Menge an Loot. Der Verein? Nee. Da ist was. Ha. Ja, gut. Ha, ha, ha. Ich wollte gar nicht auf der Mauer danach suchen. Das ist ein blöder Zufall. Die war echt nicht gut versteckt. Ah ja, zwei Sekunden gefunden. Ist ja tiefenentspannt. Das heißt, wir müssen wieder zu einer Schnellreisestation. Das ging schnell. Das ging echt schnell. Einmal wieder die Richtung. Am besten nicht sterben dabei. Ah, wir probieren es. Ist es nicht gestorben? Ich lasse die Zykloppe jetzt auch einfach mal in Ruhe. Ah, wir probieren es nicht. Okay. 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 Du, wir probieren es genau das gleiche Spiel. Geh platzen. Dürfte ich bitte aus dem Kampf entlassen werden? Ich würde gerne looten. Befürchte, ich muss sie beseitigen. Ihm, er, sie, es. Keine Ahnung. Feiner. Gut. Können wir machen. Oh, jetzt haben wir es aber. Oben liegt noch eine Leiche. Tote Ziege oder so? Rehauten, Reh. Und jetzt gehen wir weg hier. Mit einem Schnellreisepunkt drauf, den wir schon freigeschaltet haben. Ich muss ja richtig blind sein manchmal. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ist okay. Das macht die Suche natürlich ein bisschen schneller, ne? Wenn wir einfach hinreisen konnten. Haben wir hier wirklich schon? Ich wäre mir da jetzt gerade nicht ganz so sicher. Da oben. Ah! Noch eine Kiste, die auf einer Mauer versteckt ist. Haben wir. Dann sind wir mit unseren Schatzsuchen aufs Gellige fertig, ne? Jo, neben Quests. Da holen wir uns noch die Gewinnkarte von Moisack. Und dann haben wir es. Also, wie gesagt, so Stand jetzt, werden wir dann Skellige dann wohl heute fertig kriegen. Falls nicht noch was nachkommt, das kann ja immer passieren. Vielleicht wird Moisack uns jetzt auch einfach zu den nächsten Gewinnspielern schicken. Mal gucken, ob es den Kellereingang gibt. Ach, hier haben wir die Königin gekrönt. Ja, ja, ja. Da. So ist das immer. Im Krieg sterben immer die Bäume zuerst. Wissen Sie überhaupt nicht? Können wir reden? Ha! Dann lass uns nochmal ein längeres Gespräch führen. Jan und ich sind nach Hindarsfjall gefahren. Oh! Habt ihr was erfahren? Ciri ist in Lofoten gewesen. Sie war verwundet, als sie ankam. Die Dörfler haben sie gesund gepflegt. Leider war ihr die wilde Jagd auf den Fersen und überfiel das Dorf. Ciri konnte fliehen, aber die Dörfler... Ich weiß. Du musst nicht weiterreden. Ich hab mit ein paar Überlebenden geredet. Es reicht mir zu wissen, dass Ciri glücklicherweise entkommen konnte. Bestimmt findest du sie bald. Was halten die Droiden vom neuen Herrscher von Skellige? An Kraid Blut ist gutes Blut. Und doch ist Cerys die erste Frau, die Skellige regiert. Nicht alle sind darüber erfreut? Es gibt in Skellige sieben Clans. Jeder wünscht sich einen König aus seinen Reihen. Aber Cerys macht das schon. Sie ist nicht so impulsiv wie Chalmo. Denkt zuerst, handelt dann. Und mit Krach als Ratgeber hat sie beste Chancen, eine gute Königin zu wählen. Das glaub ich auch. Du bist jetzt Hierophant? Gratulation. Was im Rang? Der Skellige Kreis hat mich schon vor Jahren ausgewählt, als die alten Streitigkeiten zwischen den Clans wieder ausbrachen. Der Beruf ist also hauptsächlich politischer Natur? Ja, aber das macht mir nichts. Die Droiden wandeln seit undenklichen Zeiten zwischen den Clans und halten die endlosen Fäden im Zaum. Die Pflege des Gleichgewichts ist nicht nur die Forellenbevölkerung in Flüssen zu kontrollieren. Wir haben Glück, dass die Jals uns immer als Ratgeber geschätzt haben. Okay, komm, was sagst du zum Krieg? Der Krieg? Ich würde gerne deine Meinung hören. Nun, ich glaube, dass M. Heer einen schlechten Zeitpunkt dafür gewählt hat. Es gibt auch kaum einen besseren, da der Norden jetzt in Aufruhr ist. Der Norden ist geschwächt, das ist wahr. Aber offenbar hat der Kaiser zahlreiche interne Probleme. Zu viele, um einen Krieg zu beginnen. Du unterschätzt, Radovid. Er mag wahnsinnig sein, aber unfähig ist er nicht. Lass uns mal Gwyn spielen. Weg von der Politik. Du spielst nicht zufällig, Gwyn, oder? Aber klar. Ich habe mein erstes Blatt vor Jahren in Zyndra bekommen. Seitdem habe ich halb Skellige das Spiel beigebracht. Warum fragst du? Willst du spielen? Ja. Ja, lass uns eine Partie spielen. Lass uns denken einfach, wie es ist. Oh, richtig gut. Gegen Monster. Also gegen Monster bin ich ja richtig stark aufgestellt. Ah, ich habe keinen zum Nachtsehen gezogen. Schade. Na komm. Das ist ein Problem. Ein bisschen drüber nachdenken hier. Ich hätte nichts dagegen, wenn er ein Horn spielen würde. Könnte ich seine Ghoul vernichten. Ach komm, mach mir einfach trotzdem. Also jetzt nicht die Ghoul, aber die Mum. 13 zu 31, passt. Okay, mein mit. Da machen wir doch noch mal Massenvernichtung. Ich liebe es. Ich hole mir meinen Drachen mal aus Prinzip wieder auf die Hand, falls ich nochmal Massenvernichtung machen möchte. Haha. Wird die Mume jetzt natürlich wieder vernichten, nehme ich ihn einfach spiele. Aber egal. Ne, wer ist noch den Bogen schüttet mir. Bleib ernst, Gegner. Moisack. Ah, da hole ich mir mal einen von deinen... Keine Ahnung, ich stelle mir mal eine Mumie hin. Glaub ich hab gewonnen. Ganz knapp. Putzig. Meinen Glückwunsch. Gutes Blatt. Aber es fehlt noch eine Kleinigkeit. Hier, nimm diese Karte. Na, was gibt's? Doch, du hast es wirklich drauf. Blödsinn wäre ganz nett. Geht noch. Ich hab ihm sein Blatt zusammengestellt und das Spiel gezeigt. Aber der Schüler hat seinen Meister übertroffen. Gremis gibt es auch noch. Der ist zwar ein übler Kerl, aber er hat fraglos Talent. Oh, wir dürfen wohl noch ein bisschen Gewinn spielen. Waldschrag. Naja, das schockt mich. Gremis, 80 Meter, der ist in Fußnähe. Ja, natürlich. Jo. Na? Du hättest mir auch ruhig sagen, wenn du Gewinn spielst. Gewinn? Jemals gespielt? Falls du wissen willst, ob ich mit dir spielen möchte, ist die Antwort einfach. Nein. Angst zu verlieren? Kann ich verstehen. Na schön. Raus mit deinen Karten. Wenn du gewinnst, kriegst du mein Prunkstück. Okay, ich hab grad ein ganz komisches Kopfkino nach diesem Satz, den er da gerade gesagt hat. Aber, ist okay. Wir starten einfach. Oh, beide Kaiserreichen Hilfgarten. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich mit Handkarten zubomben. Ich hab da jemanden für dich. Echt hier? Da hört's doch schon wieder auf bei mir? Wow. Ja, da muss ich mal warten, bis es mir wieder zuspielt. Dann kann ich die auch wieder spielen. Dann passt das schon. Dann mach ich hier erstmal einen auf ihn hier. Ist ja schon wieder... Kaiserreich Nilfgaard gegen Kaiserreich Nilfgaard. Also meine Erfahrung, seitdem ich dieses Text so zusammengestellt habe, läuft ja irgendwie darauf hinaus, dass wir sehr viele Karten auf der Hand haben werden zwischendurch. Oder sagen wir mal eher ziemlich oft welche nachziehen. Gut, der Ring stört mich jetzt nicht. Den schnapp ich mir. Ach, Standardsatz von Peter Shaw. Den schnapp ich mir. Anderes Thema. Ich weiß. Egal. So. Bitteschön. Kannst du wieder haben. Wenn du nicht mit noch einer Finte kommst, dann sei es gut. Dann kommen wir mal mit Geralt um die Ecke. Oh, lass mal kalt werden. Gegner passt. Ach, wie nett. Dann passe ich auch. Und dann hole ich mir gleich mal nachts die Typen von seinem Friedhof wieder. Also von seinem Ablagestapel. Ach, ist sehr schön. Schön, dass ich am Zug bin. Ich mache erstmal den hier. Der da ist toll. Boah, gut, dass ich zuerst dran war, sonst hat er die Karte jetzt wieder gespielt. Hier kannst du wieder haben. Ich hoffe, die geht es damit jetzt besser. Ich habe keinen einzigen weiteren Nachzieher gezogen. Ich habe aber auch. Ich hatte noch eine Handkarte, also das sollte ich entsprechend gut hinkriegen. Vermute ich mal. Achso, er hat ja schon gepasst. Ja dann. Na klar. Gewonnen! Woo! Du hast gewonnen. Ich glaube, du solltest Lugos den Irren herausfordern. Weil wir wissen, ob er mit dir um seinen Katakan spielt. Witzig. Dafür muss ich einmal wieder zu einer Schnellreisenflation. Das ist jetzt mal wieder geil, dass wir hier gerade von einem Gewinnspieler zum nächsten geschickt werden. Das gefällt mir schon wieder richtig gut. Leitzestein. Eigentlich ist es mir egal, mit wem wir hier anfangen. Wir nehmen mal Knach. Können wir gleich die Königin noch mal mit besuchen. Du hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen. Und diese Hexe Yennefer auch nicht. Das ist ja dein Problem, ne? Ich komme klar. Ich komme klar. Und so genommen ist Yendi mit denen. Respektproblem, will ich mal sagen. Immerhin haben sie sich wieder aufgewohnt und nach dem Antbären angeführt. Das ist gut. Heikla! Oh! Gespräche! Was gibt es Neues auf Skellinger? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Das Massaker bei dem Fest. Gibt es dazu was Neues? Dank dir und Ceres wissen wir, wer es war. Das reicht mir. Ihr versucht nicht, die Berserker zu fangen. Die waren doch nur Werkzeug, Wolf. Ich will lieber die Schwerthand abschlagen, als nur den Stahl zu zerbrechen. Ja, ich finde auch die Berserker, die konnten da jetzt nichts für. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, hat diese Substanz sorgt ja auch dafür, dass sie vor Wut rasend sind und durchdrehen. Das war nicht unbedingt freiwillig. Deine Sochter, die erste Herrscherin von Skellinger. Sie wird eine gute Königin. Sie weiß, was sie will. Ja. Und was will sie? Die Clans von Skellinger vereinigen. Eine schwere Aufgabe. Aber Ceres ist stur. Sie denkt also langfristig. Meinst du, sie schafft es? Sie hat einen mächtigen Verbündeten. Mich. Okay, Kartenspielen. Hast du schon mal Gwind gespielt? Ha. Moisak hat es mir beigebracht und mir einen Kartensatz gegeben. Möchtest du spielen? Da haben es alle von Moisak gelernt, was? Lass uns eine kurze Partie spielen. So, direkt starten. Ja, ich habe schon wieder einen zum Nachziehen. Ja, es bleibt bei einem. Zum Nachziehen ist okay. Hab da noch wen für dich? Schon wieder echt nichts zum Nachziehen hier bekommen. Wie passt. Ja, gut. Machen wir. Kein Ding. Mach ich auch. Nein. Der hätte ja ruhig sterben können. Hätte ich mit der Flint... Hätte ich mir nämlich wiederbeleben können. So schockt das nicht. Ah. Ja, gut. Ehrlich gesagt ist es mir relativ egal. Ich habe ein gutes Wetter, mit dem ich im Zweifelsfall am Ende alles richten kann. Bis dahin spiele ich jetzt einfach meine Karten hier. Und bin durch mit dem Thema. Ich meine, ich könnte es jetzt noch frostig machen, aber... Warte ich lieber, bis er ein paar Gegner... Also ein paar Monster da hingelegt hat. Sonst lohnt sich das ja eigentlich nicht wirklich. Oh! Ich kann meinen Kartenzieher holen! Oh ja, her damit! Hallo Draug. So. So, jetzt hole ich mir mein Kartenzieher wieder zurück. Ah! Und wieder nichts anderes zum Nachziehen. Na ja, ist okay. Ich glaube wirklich nicht, dass er da jetzt gewinnen kann. Die Runde läuft echt extrem schlecht für ihn. Heuer hat nur noch eine Karte, ne? Ha! 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 Er hat meinen Drachen ganz gut gemacht! Sauber! Danke! Bitteschön! Oh, warte, das kann ich noch... Ich habe sowas von gewonnen, aber das ziehe ich jetzt durch. Massenvernichtung. Puff! Komm, und das Wetter finde ich auch ein bisschen schlecht. So. Gut. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ha! 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 Geil! Oh, die Runde war gut. Du bist gut. Ist dir das klar, Wolf? Ich habe hier diese seltene Karte. Nimm sie. Du kannst sie besser gebrauchen. Danke. Du könntest einen Mann im Dorf von Kertolder herausfordern. Er ist zwar nur Schneider, aber doch ein würdiger Gegner. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir hier noch ein bisschen mit... ...Gewind hin und her laufen. Auf den wegen Mordes? Aber das waren doch Gefangenen. Das hast du schon erzählt. Moment. Ich glaube, er redet von hier einmal. Der Spruch eben war... Na ja, klick nach ihm. Sieht an, Geralt der Eisriesenschneider! So, jetzt machen wir noch einen Schneider hier fertig. Wir haben immer noch zwei ganze Spiele. Ich muss mal gucken, wie weit ich das jetzt alles hier noch ranhänge. Kann ich jetzt nicht ins Dorf runter schnell reisen? Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Ich mache es jetzt einfach. Halt dich an die Regeln, Rumtreiber. Selber Rumtreiber. So, auf nächtlichen Besuch zum Gewinnspielen. Hallöchen. Das stimmt! Hast du denn? Ich sehe mir gerne mal an, was du hast. Kluger Mann. Bei mir gibt es keine Durchschnittsware. Ich sollte meinen Winter mal wieder aufräumen. Spielst du zufällig Gwent? Oh ja, das ist meine Leidenschaft. Möchtest du spielen? Klar. Allzeit bereit. Es kann losgehen. Einen zum Nachziehen habe ich schon mal. Das ist gut. Dann bring ich ihn hier weg. Es bleibt bei einem zum Nachziehen, wie irgendwie schon die ganze Zeit. Ich spiele auch direkt mal aus. Ich habe das Gefühl, ich kriege die Karte gleich wieder. Überraschung! Da ist sie! Da ist sie! Der Gegner passt! Nee, den kannst du noch haben. So, ich habe zwei Punkte fortschreuen. Das weiß ich bin zufrieden. Dann werde ich mir den Nachziehen-Typen nämlich gleich wieder aus seinem Auflagestapel holen. Damit fange ich doch direkt mal an. Ich werde das auch wieder haben. Hey! Weiter zum Nachziehen! Sehr angenehm! Boah, der hat doch noch ein paar Karten liegen. Oh, der hat doch noch ein paar Karten liegen. Ich habe noch so schön viele Karten zum Wiederbeleben, aber ich habe einfach nichts, was ich wiederbeleben kann. Ist ja nichts gestorben bei mir! Oh, der war schon deprimiert! Uh! Deprimiert, dass es manchmal zu gut läuft hier. So, erstmal den ganzen Kleinkram hier loswerden. Warum spielen wir überhaupt noch? 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karten aus der Anleger-Kampf-Reihe? Neun? Sobald er eine zehnte dazulegt, mache ich es kalt und verbrenne sie alle. Oh! Dann mache ich es einfach nur kalt. Und verbrenne welche. Immerhin zwei. So, ich glaube, ich habe gewonnen. Ziemlich deutlich. Oh, ich habe gar nicht geguckt, was ich für eine Karte gekriegt habe bei Krach. Oh, Mann! Muss ich hier eine Ausnahme vielleicht nochmal rausfinden. Fahnspunkte. Jervin! Wind? Grün war wahrscheinlich... Ich gucke mal hier. Jervin, es war grün. Da. Oh, gut. Sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so super spektakulär. Aber nett, dass wir ihn haben. Für die Sammlung ist das immer gut. Jo, das ist mein Stellreiseschild. Diesmal finde ich da froh eine Karte hin. Und scheinbar haben wir nur noch einen einzigen Windpartner hier. Das ziehen wir noch kurz durch. Ich hoffe einfach, dass er uns noch nicht wieder irgendwo hinschickt, weil das wäre ja mitten doof. Aber naja, ist dann halt nicht die erste Form, die ein bisschen länger ist, ne? Freunden zeigen mir das Herz. Feinden die Axt. Respekt, Hexer. Oh. Man sollte vielleicht doch das Navi richtig lesen. Ich bin im falschen Haus. Hi, Lukos! Geh zu deinem Freund Krach, wenn du reden willst. Bist du angepisst? Bist du angepisst? Zwei Clans auf einer Insel. Ist es nicht schwer, Nachbarn zu sein in solcher Nähe? Ein Nachbar ist jemand, der in der Nähe wohnt. Nicht jemand, der dir die halbe Heimat gestohlen hat. Die Angräte haben unser Land besetzt. In den Tagen von Harald dem Krüppel. Vor drei Jahrhunderten. Das ändert nichts daran, dass sie kein Recht dazu hatten. Ich werde Ars Kellig von Krach und seiner Brut befreien. Das klingt so ein bisschen nach Aufstand und Hochfahrrad. Warum nennt man dich den Irren? Darum. Gut. Gwyn, kennst du das Spiel? Scheißen Möwen von Klippen? Zeig mal dein Blatt. Wir spielen um meinen Katakarn. Klar. Spielen wir. Dann zeig mal, was du drauf hast. Äh, erstmal muss ich wieder auf Königreich Nilfgrad. Äh, Kaiserreich Nilfgrad. Wechsel und dann passt das schon. Einer zum Nachziehen. Äh, nur einer zum Nachziehen. Das heißt, ich nehme einen davon weg. Ich nehme ihn weg. Und habe keinen weiteren zum Nachziehen bekommen. Aber irgendwie... Das ist doch verhext schon wieder. Hier, den kannst du auch noch haben. Das... Gegner passt. Sehr gut. Und nun? Stell ich ihn hin und habe gewonnen. Das ist okay für mich. Oh, wieso bleibt der schon wieder liegen? Ah. Ich weiß, nur am Nüllen. Mimimimimi. Aber... Ist doch wahr, man. Das ist gemein. Ah. Und leider habe ich auch meinen Drachen, der alles vernichtet, nicht gezogen. Sehr unangenehm. Und ich habe auch kein gutes Wetter, um was dagegen zu tun, was er da tut. Ich glaube, ich war trotzdem fertig. Aber... Wie war das? Mimimimi. Da bleibe ich bei. Ui. Also, sein Deck ist schon... recht... gut auf dem Feld platziert. Oh. 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 Also, ich meine, wenn ich ihm da jetzt das eiskalt Ding reindrücke, dann hat er nur noch 33 Stärke. Aber ich habe auch nur noch diese zwei, was dagegen zu tun. Ich werde strategisch passen. Ich werde strategisch passen. Jetzt kann ich mir mal nachziehtypen wiederholen. So. Inja. Jawoll! Ich mache ihn fertig. Ja, ich habe gewonnen, passt schon. Aber das war jetzt eine nettere Runde. Ich würde dich gern aufschlitzen. Aber dann heißt es, Lugos wäre noch irrer. Nimm den Katakanen verschwinde. Ich glaube, er hat uns die Karte Kataka gegeben. Erfolg freigeschaltet. Equal all Gwent Karts available in the Base... Ah! Oh! Wir haben dann wohl mittlerweile alle Karten. Halt komm! Es ist das letzte, was fehlt. Wir können noch... Wir haben jetzt hier lang genug Zeit verbracht. Wir können uns mal unseren Anteil bei den Arena gewinnen. Abholen. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht ihr jetzt? Du hast keinen Respekt. Oh! Dann holen wir uns das noch ab. Und dann sind wir hier wirklich ganz fertig. Ich... Äh... Wem muss ich denn nochmal nerven? Das ist jemand schon mit dem Namen. Gunnar! Sei gegrüßt. Das Geschäft läuft wunderbar, soweit ich sehe. Und ob... Alles, was Beine hat, will in der Spuk-Arena kämpfen. Dann muss mein Teil der Einnahmen ja recht ansehnlich sein. Oh ja! Hier! Geschäfte in Skellige sind doch stets ein Vergnügen. Komm doch mal bei uns vorbei. Hier wird Wichtiges passieren. Du wirst dich noch an meine Worte erinnern. Ich hoffe, dass es auch stimmt. Lebt wohl. Ein EP. 20 Kronen?! 20?! Hä? Wer hebt einen Hunden mit mir? Hä? Es riebst. Es regnet Ragnau. Schleller! Alle zusammen! Troll! Heißen! Attack! Akital! Attack! Akital! Ja, ja. Ja, ja. Wir haben's! Nix mehr in Skellige. Nix mehr in Skellige. Nix mehr in Skellige. Nix mehr in Skellige. Wir haben, wie gesagt, Stand jetzt, falls dir noch was dazu kommt, questtechnisch Skellige abgeschlossen. Das heißt, wir werden uns dann das nächste Mal aufmachen und unseren guten Freund mitnehmen. Und, warum, ich hoffe mal, ich triggere jetzt keine Katze, wenn ich da hingehe? Oh, ich befürchte, ich tue es. Ich würde mir gerne ein paar Sachen verkaufen, dann warte ich da vielleicht nochmal bis zur nächsten Aufnahme und hoffe dran zu denken. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie immer der Wunsch, wenn's gefallen hat, super gerne eine Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss!